In einer Villa in Hitzing hat Frau Schratt einst gewohnt, in einer Villa von Efeu umrangt. Für manches Schalenkaffee auf Wiener Ort Ristsee hat sich der Kaiser Franz Josef bedacht. Wie oft hat dort Meisterstrauß so schön musiziert, hat den Kaiserheutzer dann komponiert. Mit dem Girardi hans da rockiert, voll Ehrfurcht hat er kein Dreierkontritt. Noch liegt verborgen im Grün, in der Glorietgassen drin, ein kleines Stück an vom Eugen hin. Man kann denken drüber wie man will, doch wo gibt's heut noch so ein Ideen? Denn unsere Zeit hat keine Zeit für Herz und Gmildlichkeit. In einer Villa in Hitzing hat Frau Schratt einst gewohnt, in einer Villa von Efeu umrangt. Für manches Schalenkaffee auf Wiener Ort Wissensee hat sich der Kaiser Franz Josef bedankt. Wie oft hat dort Meisterstrauß so schön musiziert, hat den Kaiserheutzer dann komponiert. Mit dem Girardi hans da rockiert, voll Ehrfurcht hat er kein Dreierkontritt. Noch liegt verborgen im Grün, in der Glorietgassen drin, ein kleines Stück an vom Eugen hin. dem Girardi hans da rockiert, schnappere ich mir. Und die Schalte kann auch, mit dem Girardi hans da rockiert. In der Gloriet ist ein kleines Stück an der Wand, Ja, so geht es nicht. Vielen Dank.